Bist du gestört oder was? Musst du hier so lange asen? Sag mal, bist du bescheuert, du Spacke oder was? Tust du hier bei den Bimbern der Ameisen fotografieren oder wie? Ehrlich gesagt. Oder bist du von der Presse oder wie? Nee, 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 nee. Du musst doch mal eine Macke haben. Du Idiot. Ich mach hier nur Fotos. Ach so. Okay, ja, okay. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil du mir fast hier rein ins Moped gerannt wärst. Ich war bei der Post, hab meine Kalender geholt. Die frischen Simson und Trabi Kalender. Total geil. Ich hab's eigentlich wohl eigentlich schon haben. Aber pass auf, ich zeig dir's mal. Du kannst dir mal eine Auge holen, mein Freund. Pass auf hier. Können wir's mal auspacken. Du kannst dir was sehen. Pass auf. Hier hab ich heute extra bei der Post frisch gekriegt. Und hier, Simson Kalender. Frisch von der Post. Geht los. Hab ich auf Amazon bestellt. Oder bei Ebay, glaub ich, war's. Und hier hab ich noch einen. Hier. Total geil. Super Pappe. Hä? Seht ihr, wie es aussieht? Richtig geil. Und jetzt mach ich schöne Hamm. Auf mein Scheißhaus. Hängen wir die Dinger hin. Und dann geht's ab. So, packen wir den Scheiß wieder zusammen hier. Zack. Wart wieder draufgebunden. Der Müll. Ne, Müll ist es ja keiner. Sei ein schöner Kalender. Sorry. Ich war schon wieder. Ich war schon wieder frech. So, zack. Also, denkt dran. Schön bestellen die Dinger. Hier unten könnt ihr sie bestellen. Seht ihr den Link? Geht los. Ich bin weg. Ich muss auf mein Scheißhaus. Und zack. Ja, wenn's mitmacht.